Der Königssee, Herzstück des Nationalparks Berchtesgaden und Zielort eines mehr als spektakulären Bayern-Werk-Auftrags in diesem Jahr. Eine Trafo-Station soll ans hintere Ende des Sees befördert und dort installiert werden. Man muss halt immer abstimmen, wann darf man fahren, wie darf man fahren und das Gewicht ist natürlich in dem Fall ganz interessant. Für die Arbeiten und den Transport der benötigten Fahrzeuge und Materialien wurde extra eine Schwimmplattform zum Königssee gebracht. Wir liefern im Jahr ca. 200 Trafo-Stationen aus, aber so ein Ereignis, glaube ich, hat man nur einmal in seinem Berufsleben. Die eineinhalbstündige Überfahrt führt vorbei an atemberaubender Landschaft und dem weltbekannten Wallfahrtsort St. Bartholome. Angekommen greift wieder die übliche Routine und die Trafo-Station ist an ihrem Bestimmungsort installiert.